Aus den WDR Studios in Köln schmiteinander mit Harald Schmidt! Yeah! From Düsseldorf die Toten Hosen! Guten Abend, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu Schmidt an einer unserer gepflegten Show am späten Sonntagabend. Lass dich nicht irritieren, das war Campino mit schwarz, neuen schwarzen Haaren. Campino. Kennen alle Campino? Wie hab ich das vorher geübt? Kennen alle Campino? Das Publikum ist toll drauf. Die Alternative, wieder einen Abend unter der Brücke oder hier bei uns. Heute Abend zum letzten Mal in Ihrem Lieblingsprogramm West 3. Das habe ich schon dreimal gesagt, weil drei Mal haben wir schon gedacht, wir gehen ins Erste. Diesmal ist es, glaube ich, wirklich soweit. Ab 15. Januar sind wir in der ARD. Viele werden zu Recht sagen, ARD, wo läuft denn das? Das kenne ich nicht. Das ist Ihr Lieblingskanal mit Stars wie Rudi Carell, Margarete Schreinemackers, Christiane Backer, alle bei der ARD. Und was Sie jetzt gehört haben, war ein Knallgag, ein Gag, wo ich praktisch sehr laut werden muss, damit er überhaupt über die Lacher des Publikums drüber geht. Nicht? Das macht nichts, denn wir haben hier etwas ganz Modernes. Hallo, wie heißen Sie? Anja. Anja, woher? Aus Leverkusen. Aus Leverkusen. Wollen Sie mir gerade mal helfen? Das ist Anja, das ist Ihr Beifall, Anja. Hallo, Anja. Was machen Sie beruflich? Studiere. Was dann? Chemietechnik. Chemietechnik. Das ist Hightech, das ist unsere Fernbedienung. So, was haben Sie zu Hause? Das ist der Knopf für das Dritte. Diesen Knopf hier brauchen Sie eh nicht. Und das ist der Knopf, den Sie ab Januar brauchen. Da sind wir zu sehen. 15. Januar, glaube ich 22 Uhr, 20 Uhr, irgendwann nach dem Wort zum Sonntag. War das für Sie schwer, Anja? Nein, ich habe es verstanden. Wegen meine Gefährle. Sie kriegen aber ein T-Shirt oder eine Betfollmütze. Vielen Dank. Das ist nämlich das Gefühl, wenn man Freund wird mit dem Publikum, ist heute eine Aufzeichnung vom 10. November, was Sie sehen. Für Sie ist natürlich schon der 12. Dezember, das kennen Sie. Deswegen ist es heute bei uns sehr weihnachtlich. Begrüßen Sie jetzt bitte unseren Nikolaus. Hier ist Herbert Feuerstein! Unser Gesprächsgast heute Abend, meine Damen und Herren. Eine Frau, auf die wir uns sehr freuen, aus Bayern, aus München, Politikerin, Staatssekretärin im Bayerischen Kultusministerium und das ist in ihrem Fall auch wirklich sehr wichtig, die Tochter von Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier wird nachher bei uns zu Gast sein. Wie ist das Publikum heute? Sollen wir diesen mit ins Erste nehmen für den 15. Januar? Ich glaube, dass das Publikum in die Idee ist von der blöden Mütze. Nein, die Mütze ist toll. Kann aber jetzt reizt, ne? Macht die eigentlich auch Musik, dieser Nikolaus? Ja, die macht Musik. Nein, lass sie auf! Hörst du es? Ja, das ist schön. Wir haben ein kompliziertes Vertragssystem. Nur, sie ist blöd, also ich meine, ich möchte sie, kann... Lass sie noch ein bisschen auf, weißt du, so ein bisschen weihnachtlich. Wir haben ein Vertragssystem, 628 Seiten sind die Verträge von Feuerstein und mir. Bei mir allein vier Seiten, wie das die Schnittchen auszusehen haben, die wir vor der Sendung kriegen, dass der Matschigkeitsgehalt beim Lachs-Imitat stimmt. Und jetzt kommen wir zu... Ich fühle mich sehr blöd mit der Mütze. Nein, dann nimm sie halt. Ich muss immer diese Dumme anpacken machen. Du siehst so toll, du siehst so fit aus, weißt du, du bist so toll. Ich glaube, es liegt daran, weil du immer gut schläfst, oder? Ja, ich habe nur nicht meine Methode. Also ich glaube an die wirklich alte Art von Schäfchenzählen. Elf, ja, elf. Ne, das ist elf jetzt, der ist da rüber. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23. Es war... Ja. Eigentlich... Jetzt will ich hier schlafen, aber ich kriege ich... Jetzt reicht's aber. Jetzt machen wir die Mütze ab. Eine interessante Meldung in der Zeitung. Sechs Deutsche tun's 120 Mal im Jahr. Da erhält sich doch die Frage, hat das Jahr nur 30 Tage? Geisteiler, zehnmal Hand aufgelegt, Brustkrebs weg, Kassenarzt, einmal Hand aufgelegt, Brieftasche weg. Etwas sehr, sehr Schreckliches, meine Damen und Herren, Pavian, Niere für Menschen. Das ist doch etwas, was zu weit geht, oder? Also ich finde das grauenhaft, ich finde das auch menschenverachtend. Ja, auch diese wehrlosen Tiere, das ist doch ethisch, da wird doch über alle Grenzen weggelebt. Also Organe von Tieren auf Menschen zu überpflanzen. Also man kann da als Fernsehmensch nicht viel tun, aber ich habe einen so trockenen Hals, als ihr Lieb, holen wir bitte einen Saft. Das wäre das letzte Organe von Tim. Danke. Die Leute applaudieren, weil ich jetzt die Mütze abhabe, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, warum sonst? Ja. Kinder nach der Scheidung im Job schlechter. Das ist der Grund, warum es so viel miese zwölfjährige Chirurgen, Rechtsanwälte und Notare gibt, meine Damen und Herren. Eine wichtige Meldung, auf die wir schwer verzichten können. Bab-Chef, ich bleibe in Köln. Ja, und? Und? Das ist sehr wichtig. Das möchten wir uns gestatten, so kurz vor Weihnachten. Dieses Jahr geht so friedlich und ausgeglichen zu Ende wie selten ein Jahr zuvor. Das liegt daran, weil Feuerstein und ich im Namen der UNO ein bisschen helfen konnten. Ja. Somalia, Bosnien, Israel, überall Friede, Freude, Eierkuchen, weil wir im Auftrag der UNO ein bisschen unterwegs waren und das alles geregelt haben. Oder? Es war großartig, es war anstrengend, aber es war es wert. Es war so toll. Ja? Ja. Was machst du nach der Sendung? Da ist eine größere Pressegeschichte. Und du? Ja. Ich überlege, ob ich nicht ganz spontan irgendwo hinfahre. Was glaubst du, wo ich hinfahre? Wo sonst als Mallorca? Mallorca, das ist die offizielle... Deine Welt, ne? Das ist die offizielle Schmittern an der Insel. Ja. Ich möchte wissen, ob ich noch draußen sitzen kann um diese Zeit dort, weißt du? Unser eins. Karibik. Ja. Malibu. Ah, da ist die Freizeichen. Ja, bitte. Hallo? Ja. Kann ich bei Ihnen einen Tisch reservieren? Kann ich noch draußen sitzen bei Ihnen? Ja. Wie warm ist es denn? Wie viel Grad? Heute war es sehr schön. Was soll ich, ich weiß nicht, wie viel Grad, so etwa... Ich glaube, es sind mittags etwa 21. Oh, aber es ist doch, glaube ich, ein bisschen kühl, ja? Ja. Dann überlege ich noch mal. Ich rufe noch mal an. Danke. Gut, bitte. Wiederhören. Das sind die Lichter da noch 21 Grad. Ich muss sagen, es gibt ja oft den Vorwurf, unsere Sendung sei vielleicht ein bisschen zu brutal, zu gewalttätig. Und damit richte ich mich vor allem an unsere älteren Zuschauer, an unsere Senioren. Es wimmelt ja heutzutage von aggressiven, gewalttätigen Rentnern, die sinnlos in Telefonzellen randalieren. Bitte unterlassen Sie das, meine Damen und Herren. Vergessen Sie nicht, es steht extra drauf, Telefon kann Leben retten. Wir kommen zu unserer Frage für Sie zu Hause, unsere Zuschauerfrage. Und zwar, meine Damen und Herren, sehen Sie hier einen Buchstaben, der heißt wie? Tee. Tee. Sehr gut. Durch welchen Buchstaben wird aus dem Tee ein schmackhafter Weihnachtsbraten? Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen, nämlich, unterschmiedeinander Zubehör. Unterschmiedeinander Sortiment nach der Wahl, Mützen, Tassen, Emaelschilder, was soll das jetzt hier? Nach der Wahl? Keine Anspielung zum Thema Wahlkampf. So, meine Damen und Herren, das... Ja, nach der Wahl ist vor der Wahl, der alte Satz von Sepp Herberger. Und dieses Mal ist was ganz Besonderes mit dem Telefonat. Bleiben Sie bitte bis zum Schluss dran, denn dann, wie gesagt, wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie auch alternativ ein Entenessen haben. Beim Chinesen Ihre Wahl für vier Personen. Und hier sind, sehr weihnachtlich, unsere Schmiedeinander-Hupfdolls. Unsere Oma bringt jetzt jede Menge Liebe, unsere Oma wird auf alle auf uns verwöhnt. Oma Scharif, meine Damen und Herren. Oma. Heute... Oma wird... Bist du schon schön weihnachtlich gestimmt? Ja, ja. Heute haben wir sowas Tolles für dich. Wir mussten 40 ganz ehrgeizige Mütter in den Heizungskiller-Keller sperren, denn sie sind mit ihren lieben Kleinen hergekommen. Es spielen für dich die Kindergeigengruppe der Rheinischen Musikschule Köln, Jingle Bells. Schön. Aplausos Musik Basteln mit Pierre Thier Hallo, heute basteln wir einen Setzkasten. Dazu brauchen wir einen Getränkekasten, nehmen die Flaschen raus und setzen uns auf den Kasten drauf. Danke. Sie sahen Basteln mit Pierre Thier. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht ein bisschen hart, weil die Kinder in der Garage spielen zu haben. Viele von uns müssen vielleicht Weihnachten in einer Garage verbringen, weil ihnen der Schlüssel zum Penthouse so viel in den Kuli gefallen hat. Hörst du mir überhaupt zu, Feuerstein? Du, ich habe, ich, Entschuldige, ich bin gerührt. Ich habe viele, viele Eheweihnachten in der Garage verbringen müssen und ich kenne das Problem. Das ist, darf ich das einmal sagen, bevor wir ins Erste gehen? Das ist, wenn ich zu dir rüber gucke, das ist immer, da wird gewurschtelt, das ist das. Ich wünsche mir was, weißt du, ich habe eine Vision, ich habe, ich sage etwas und dann schaue ich rüber und dann schaut mich ein Partner so an. Weißt du, so stelle ich mir das vor. Weißt du, das ist etwas, wovon ich manchmal träume. Ja, es geht auch anders, wenn du nicht ein bisschen konzentriert bist. Hör mal. Ja. Ich habe hier einen Brief. Von mir? Ja, weißt du noch nicht. Und zwar von Daniel Springfield aus Kastrup-Rauxel. Lieber Herbert Feuerstein, da dein mit Moderator Harald in den Sendungen immer recht ungepflegt auftritt, sende ich dir hiermit eine kosmetische Videoberatung für ihn. Unter Umständen könnte er noch etwas retten, wenn er sich, wie jetzt gleich gezeigt, Videoband dabei, so operieren ließe. Matthias, kannst du das mal vorführen? Wir sollten einmal unseren süßen kleinen Hasso zeigen. Jetzt, komm, Feuerstein, zeig dich mal einmal richtig. Doch, an Weihnachten. Nimm hier unsere endoskopische Kamera, ein ganz einfaches technisches Teil. Das war die, die im Mund hattest, ja? Ich glaube, es war der Mund, ja. Ich muss noch mal nachgucken auf Video. Zeig mal bitte Hassolein. Ja, Hasso. Also wenn er sich zeigt, ich gucke mal. Ich fange hier mal an. Hasso. Hasso, komm schon. Hey, hey. Ja, siehst du? Gib ihm ein bisschen Futter. Okay. Das sieht mir aber ein bisschen gefährlich aus. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn, weißt du, wie es ist? Er ist, er ist sehr aggressiv. Weißt du, wenn er mich erinnert? Hat er Therapie gemacht? Ich bitte um Ruhe, auch keine Störgeräusche. Wieso sagst du, ich bitte um Ruhe, wenn das Publikum eh schon nicht mehr reagiert seit 10 Minuten? Spare diese Floskel, fütter ihn. Hasso, Hasso, Happa, 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 Happa. Hey. Ja, komm schon. Ja, Feuerstein. Ich habe mich so erschreckt. Was? Ich dachte gerade wirklich, der Haifisch hätte den Arm abgebissen, aber es ist wieder der Sakko in der falschen Größe. Wir waren, das muss man jetzt mal sagen, wir waren heute Nachmittag Eislauf. Ja, aber es war schön. Zum ersten Mal für mich in diesem Jahr. Ja. Und macht man immer wieder gerne. Das war toll. Haben wir ein kleines Filmchen davon gemacht. Schöne Musik. Es war ein bisschen kalt, aber sonst war es wirklich ganz nett, ne? Ach, 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 das sind sie schon. Ach, das sind meine. Dankeschön. Dankeschön. Geht's? Nehmen Sie doch die Hand aus den Kufen. Danke. Warte mal, erst muss ich da rein. So, aber dann kann ich das Bein hochnehmen. Ja. Ja. Sag mal, du musst da wirklich ein bisschen ausbalancieren, weil ich habe nicht trainiert, ich bin durch nicht richtig abbalancieren, weißt du? Ja. Aber nicht mit vollem Gewicht rauffangen. Soll ich dir helfen? Ja. So. So. Da würde ich mal sagen. Ja. Auf geht's, ne? Geht's los. Ich fang nur an, ich komm nach. Sehr gut. Und. Und jetzt weg. Das ist ein Ablauf, meine Damen und Herren. Nach diesem Ablauf, den Herbert Feuerstein schreibt, orientieren wir uns während der Sendung. Entschuldigung. Und gerade vor diesem Eislauffilm wäre das Gespräch draufgekommen, Sex und Gewalt nicht in meiner Sendung, so wie bei Gottschalk. Und wer war bei Gottschalk? Ah, Dolly Buster. Ja. Sie wurde wirklich aufgrund eines tollen Körpers dort einfach nur... Ja. Und es ist hier auch ganz nass. Kann dir mal jemand bitte so lieb sein und das ein bisschen auffischen hier hinten? Ja. Es ist wahnsinnig nass. Lenkt nicht ab von Sex und Gewalt. Nein. Ja. Das ist in unserer Sendung nicht denkbar. Nein. Also für mich ist das frauenfeindlich. Natürlich. Und auch menschenverachtend. Ja. Und unwürdig. Ich würde nie in einer Sendung mitmachen wollen, in der sowas passiert. Nein. Gewalt, Sex als Selbstzweck auf gar keinen Fall. Widerlich. Nee, eklig. Machen wir Musik, meine Damen und Herren. Unsere Gäste aus Düsseldorf, ihre aktuelle CD, Reich und Sexy, ihre 20 größten Hits. Das Plattencover halte ich nachher zufällig ins Visier. Jetzt für Sie käuflich erwerbbar. So heißt auch die erste Nummer. Toten Hosen und Kauf mich! Willkommen bei SPIEGEL TV! Willkommen bei SPIEGEL TV! Drogen, eines der größten Probleme unserer Zeit, bleibt nicht länger auf die beschränkt, die wir als Schunkies zu kennen glaubten. Eine neue Gruppe von Gefährdeten, die in scheinbarer Normalität lebt, tritt immer häufiger und immer massiver ins Licht einer Öffentlichkeit, ins Licht einer Öffentlichkeit, die nur allzu gerne wegsieht. Es sind Hausfrauen an der Nadel. Bertha F., 29, und Haraldine S., 36, sind Freundinnen und Schicksalsgefährtinnen in ihrer Sucht. Ein bis zwei Mal am Tag, wenn der Druck übermächtig wird, treffen sie sich an der gewohnten Stelle. Für den Augenblick sind Kinder und Umwelt vergessen. Jetzt haben sie nur ein Ziel, ihre Sucht zu befriedigen. Hausfrauen an der Nadel. Für den Augenblick sind sie glücklich. Aber wie lange? Meist schaffen es die beiden, den Geldbedarf für ihre Sucht aus der Haushaltskasse zu finanzieren. Im Notfall greifen sie aber auch zu kriminellen Handlungen. Während Bertha die Umstehenden ablenkt, sichert sich Haraldine geschickt den Monatsbedarf an Stoff und Nadel. Auch vor Gewalt schrecken sie dabei nicht zurück. Oft benutzen sie kurze Urlaubsreisen ins Nachbarland, um sich mit Billigstoff einzudecken. Meist gelingt es ihnen, die heiße Ware sicher über die Grenze zu bringen. Doch mitunter gibt es einen Zollbeamten, der Verdacht schöpft. Meine Brücke, meine Brücke ist alles in Ordnung. Bertha F. hat Glück. Sie wurde in einem experimentellen Therapieprogramm der Stadt aufgenommen. Aktion Wolllust. Hier wird den Süchtigen unter strenger ärztlicher Kontrolle jeweils der Tagesbedarf verabreicht. Allerdings von Ersatzwolle, die zwar die Sucht stillt, aber keine Glücksgefühle zulässt. Bertha F. hat die Therapie dankbar angenommen. So kann sie sich wieder voll ihren geliebten Zwillingen widmen. Für Haraldine S. aber kommt jede Hilfe zu spät. Als sie auf ihrem Balkon eine illegale Schafherde unterbringt, um ihren wachsenden Wollkonsum zu befriedigen, wird sie verhaftet und ist jetzt im harten Entzug. Die Prognose ist schlecht, da es ihr trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen schon mehrmals gelang, Stoff und Nadeln in die Therapiezelle zu schmuggeln. Unser Zuschauer Frank Möller aus Berlin hat eine interessante Feststellung gemacht. Die vorletzte Sendung war ja auch aufgezeichnet, so wie die heute. Hallo Harald, hallo Herbert, ich habe euch nochmal am 30.10. auf B1, das ist der Sender in Berlin, in der Wiederholung gesehen. Ich muss sagen, ihr wart echt besser drauf als in der Live-Sendung. Woran liegt das? Schränkt ihr euch da mehr an? Er hat die Live-Sendung nochmal als Wiederholung gesehen, Feuerstein, oder? Feuerstein! Oh, Entschuldigung. Was ist denn mit dir? Du bist so unkonstituiert, so müde. Ich hatte heute Nacht eine illegale Schafherde auf dem Balkon und da habe ich nachgezählt. 9.324, 9.325, 9.626, 9.328, 9.390... Weißt du, worauf ich mich freue, das ist, auf unser festiges Finale... Auf unser festiges Finale nachher richtig... Das klappt auch nicht mehr mit der Karte, ne? Das muss man... Auf unser festiges Finale Las Vegas mit Siegfried und Roy, die die letzte Tür im Adventskalender aufmachen. Ja. Denn heute ist ja welcher Tag? Heute ist der 12.12.1993. Das sollten wir nie vergessen, meine Damen und Herren. Das ist ja heute der 12.12. Weißt du übrigens, was mir zu Ohren gekommen ist? Was ist hier zu Ohren? Du tingelst so rum zwischen den Sendungen. Man kann nicht so anmieten für Betriebsfeiern. Also du heißt wirklich reden? Nein, wirklich. Ich möchte wissen, wer hier tingelt. Nein, für so Betriebsfeiern, da machst du so mit so einer Puppe macht er Bauch hier. Ach, die Geschichte. Ja, zeig das mal. Das habe ich früher gemacht. Zeig das bitte mal. Komm. Da brauche ich Vorbereitung. Ja, das können wir ein bisschen machen. Wir zeigen so lange noch mal schnell dieses tolle Tanztheater. Lassen Sie sich nicht irritieren. Unser hochmodernes, hochpolitisches Tanztheater. Eine Choreografie, die sehr ähnlich aussieht wie das, was wir schon mal gezeigt haben. Es ist völlig anders, es ist eine ganz andere musikalische Richtung. Und ein sehr ernstes Thema. Es beschäftigt sich mit dem sauren Regen. Jetzt der größte Bauchwächter der Welt. Der größte Bauchredner der Welt. Feuerstein und sein Blödi. Hallo schon und einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum. Willkommen bei der größten Bauchrednernummer der Welt. Feuerstein und sein Blödi. Na Blödi, kannst du das, dich vor dem Publikum zu verbeugen? Sehr gut, Blödi. Und nun sag mal schönen guten Abend zum Publikum. Guten Abend zum Publikum. Kannst du das nicht netter sagen? Nein. Blödi, man beleidigt doch nicht das Publikum. Doch, sie sind so doof, doof, doof. Aber Blödi, sowas darfst du nicht sagen. Doof und außerdem sind sie hässlich. Blödi, jetzt reicht's mir aber bald. Weißt du, so kann man nicht mit den Sachen umgehen. Und der Harald Schmidt ist auch doof. Das ist mein Chef, da bringst du mich in Argeschwierigkeiten. Harald Schmidt ist doof, hässlich und hat Schuppen. Ha, 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 ha. Blödi, jetzt reicht's mir, jetzt machen wir aber gleich Schluss. Tollibuster. Tollibuster, ich will Tollibuster sein. Also jetzt mal wirklich, Blödi, was willst du mit Tollibuster anfangen? Du bist doch nur eine Puppe. Na, und, sie ist doch auch nur eine Puppe. Eine geile Puppe. Ha, 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 ha. Blödi, jetzt ist wirklich Schluss. Tolle Pasta, Tolle Pasta, Tolle Pasta. Halt den Mund. Meine Damen und Herren, das war die Bauchräder-Nummer. Blödi, nein. Der größte Bauchräder der Welt. Feuerstein und sein Blödi. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei. Und buchen Sie mich rechtzeitig für Ihre Weihnachtsfete, Ihren Geburtstag oder Ihre Haftentlastung. Tschüss. Ich freue mich jetzt sehr auf unsere heutige Gesprächspartnerin, kommt aus München, Stadtsekretärin im Kultusministerium und ich habe es eingangs schon erwähnt, das ist in diesem Fall wirklich auch von Bedeutung die Tochter von Franz Josef Strauß. Herzlich willkommen, Monika Hohlmeier. Hallo. Bitteschön, jetzt ist der Platz. Danke. Dürfen wir was zu trinken anbieten? Wir bitten immer was zu trinken, aber wir haben nichts. Bayerisches Bier. Ne, haben wir nicht. Oder? Ne, haben wir nicht. Wir haben nicht mal Kölsch hier. Wir haben Fischfutter, aber das ist blöd. Das ist so auch unhöflich. Nein, Entschuldigung, also wir haben nichts. Das ist so peinlich, wir fragen jedes Mal, ob wir was anbieten. Wir haben eigentlich nie im Kühlschrank, die meisten Gäste sagen, nein, 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 ich möchte nichts trinken. Deshalb habe ich ja schon Bayerisches Bier verlangt. Ja, aber Sie meinen, Kölsch hätten wir hier gehabt, vielleicht draußen. Ne, ich habe auch nichts. Nein, schade. Aber Sie trinken richtig gern Bier, ja? Ab und zu. Ja. Gehört das so mit zum Image oder trinken Sie es wirklich gern? Ähm, morgens. Wirklich? Ja. Ja, bis welche Uhrzeit? Elf Uhr, zu die Weißwürste. Weil das ist der Spruch, glaube ich, die Weißwürste dürfen das Elf-Uhr-Leute nicht mehr hören lassen. Stimmt, ja. Zwölf Uhr. Stimmt es eigentlich, dass die besten Münchner Weißwürste aus Augsburg kommen? Brr. Das habe ich gehört, aber eine große Metzgerei in Augsburg ist da sehr stolz drauf, dass das so ist. Ich glaube, es gibt einige gute Metzgereien. Alle sauber. Die Franken behaupten von sich, dass sie die allerbesten Würste produzieren. Ist das so? Ja, die produzieren sehr gute. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Um Viertel nach sechs. Fällt Ihnen das schwer? Oh ja. Ja? Ich bin ein ordentlicher Morgenmuffel. Wie passiert das dann, dass Sie da trotzdem rauskommen? Ja, das passiert ganz einfach. Wenn mein Sohn Markus ankommt, mich ordentlich schüttelt und sagt, Mami, aufstehen, dann ist das ganz klar, dass die Mama den Befehl befolgt. Wie alt ist der Sohn? Ja, jetzt gerade viereinhalb. Viereinhalb. Das Komische ist ja, bei Politikerinnen wird immer gefragt, Sie sind in der Politik, Sie haben Familie, Sie sind viel unterwegs. Wie ist das mit den Kindern? Nicht? Das ist doch bei Politik immer. Bei Männern fragt ja eigentlich keiner, wann haben Sie als Mann mal Zeit, sich als Vater drum zu kümmern? Stimmt. Passiert Ihnen das auch, dass Sie sich da irgendwie rechtfertigen müssen? Also ich rechtfertige mich eigentlich überhaupt nicht, sondern ich habe inzwischen öfters die Gegenfrage gefragt, man soll doch einfach mal Edmund Stoiber oder Helmut Kohl oder den Herrn Scharping fragen, wie es denen geht. Haben Sie das schon mal gemacht? Reden Sie da so mit Edmund Stoiber, der, glaube ich, Taufpate Ihres... Von Markus ist. Ihres Sohnes ist. Reden Sie da mit dem sowas oder ist das zu tabu, sowas Privates? Nein, überhaupt nicht. Gut, ich habe mich für die Politik entschieden. Ich wusste ja, was auf mich zukommt und das bedeutet automatisch, wenn man sich für die Politik entscheidet, muss man natürlich für die Familie sich spezifisch Zeit nehmen. Das heißt, man hat nicht so viel Zeit, wie man vielleicht sonst Zeit hätte. Viele prominente Kinder haben ja so das Problem, dass wenn man sagt, das ist jetzt der Sohn oder die Tochter von dem und dem, dann sagen die, nein, ich spreche mich darauf nicht an, ich will das so alles eigenständig schaffen. Das ist ja bei Ihnen überhaupt nicht der Fall, ne? Nein. Das ist ein richtiges Vorbild für Sie. Mein Vater ist mein Vorbild für mich, aber ich muss mein eigenes Leben führen. Das heißt, ich habe einfach eine, herzlich eine sehr gute Erinnerung an meinen Vater, genauso an meine Mutter. Allerdings spielt das für mich keine Rolle, wenn mich jemand anspricht und sagt, ist das für nichts schlimm, wenn Sie dauernd die Tochter des Franzosen Strauß sind und darauf angesprochen haben. Sag ich, der ist mein Vater und ich weiß es nicht, ich bin stolz auf ihn aus. Das ist für mich so. Aber wenn Sie irgendwo hinfahren auf Wahlkampf, dann kommen doch viele Leute, weil sie sagen, wir wollen die Tochter vom Strauß sehen. Oder? Am Anfang war die Neugier sehr groß. Als ich in das erste Bierzelt kam, so mit 1500 Leuten, das war für mich auch erstmal recht spannend, da reinzukommen und dann waren natürlich sicherlich viele Neugierige dabei, die sich erstmal legen, was macht jetzt die Tochter von dem Strauß. Nur 1500 Leute konnte dann nicht mein Vater tatsächlich, ich möchte es mal sagen, unterhalten, beschäftigen, beziehungsweise tatsächlich eine politische Rede halten. Das muss ich schon selber tun. Ja, wie ist das? Als junge Frau in dem Bierzelt für 1500 Leuten, wie waren Sie da nervös? Also beim ersten Mal ganz schön, mittlerweile nicht. Auch so, wie sind Sie, sind Sie so richtig eingezogen, wie das so ist? Mit bayerischem Defiliermarsch? Mit bayerischem Defiliermarsch. Jetzt müssen Sie mal mitmachen, ich lade Sie ein. Ich habe das schon mal im Fernsehen, aber ich denke mir, das ist also nochmal was anderes, wenn man im Zelt sitzt, ja. Im Dirndl? Oh, nicht unbedingt im Dirndl. Ne, aber schon so, wie man sich das vorstellt, fesch. Ach, ganz normal. Und dann gehen Sie da hoch, dann sitzen da 1500 Leute, die schon zwei, drei Maske getrunken haben. Wie kriegen Sie denn so ein Zelt? Also das ist doch, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Haben Sie ein festes Konzept, was Sie da sagen? Das kommt sehr darauf an, wenn ich hinkomme, ich habe ungefähr im Kopf, was ich sagen möchte, vom Inhaltlichen her. Allerdings stelle ich mich jedes Mal dann auf die Leute ein, die da sind, weil ich kann nicht mit einem festen Konzept irgendetwas vor mir herreden und die hören dann unten überhaupt nicht mehr zu, sondern ich schaue mir die Leute an und versuche dann mit ihnen so, wie wenn ich mit ihnen reden würde, und auch ein Stück weit Antworten zu bekommen. Im Dialog? Ja. Ja, und stimmt das, dass das für Sie so das größte Kompliment ist, wenn die Leute sagen, ganz wie der Eude? Ja, das wird mir immer zugeschrieben, aber es ist ein Kompliment. Und sagen das die Leute auch tatsächlich? Ja, das kommt immer wieder vor. Das Lustigste, was mir mal passiert ist, einer hat zu mir gesagt, Sie sind wirklich der Ablieger Ihres Vaters, aber warum können Sie kein Sohn sein? Der konnte nicht begreifen, dass eine Frau auf der Bühne auch reden kann. Das denke ich mir, dass das vielleicht in Bayern doch schwieriger ist als woanders, oder? Das war ausnahmsweise nicht in Bayern, das war in Baden-Württemberg. Wo? Womit das passiert ist. Wo war das? Direkt an der schwäbischen Grenze. Ach so, also noch ganz hart. Ja. Ja? Der aktuelle Parteivorsitzende, der heißt ja Theo Weigl. Ja. Ich hoffe, er ist es noch, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Also das sind ja... Also ist es bei uns nicht wie... Das wird nicht so schnell. Also liegen wir immer in vier Wochen. Also ist es nicht bei uns wie so bei sämtlichen afrikanischen Staatspräsidenten oder auch bei Boris Jelzin, dass man nicht mal mehr Urlaub machen kann und nicht mehr heinkommen. So gefährlich... Ja, so gefährlich ist es bei uns nicht. Ja, aber jetzt sage ich mal, es ist doch so, dass die CSU, sagen wir mal, mit Begriffen wie Ehe, mit Familie, mehr arbeitet, mehr auch Wert drauf legt, als es zum Beispiel die Grünen machen, ja? Oder ist so... Also davon dürfen Sie ausgehen. Ja. Werden Sie jetzt, wenn Sie auf Wahlkampf Tunesien unterwegs sind, auf die private Situation von Theo Weigl angesprochen? Selten, aber es passiert ja. Ja. Darum sieht das, dass das die Wählerschaft beeinflusst? Nein. Und ich lehne es auch strikt ab, weil ich sage, der Theo Weigl hat eine Privatsphäre und die muss jeder haben. Also Sie würden sich da auch nicht daran beteiligen? Nein. An der Rede. Und ist es ein Zufall, dass gerade als er für das Amt des Parteivorsitzenden kandidiert hat, das dann an die Öffentlichkeit kam, die private Situation, die ja glaube ich in einem kleinen Kreis schon länger bekannt war? So klein war der Kreis auch wieder nicht. Allerdings ist das leider eigentlich fast bei jeder Personalbesetzung so oder bei jeder Personalbesetzung, die damit zusammenhängt, dass auch Emotionalitäten ausgetauscht werden. Da gibt es leider immer wieder Leute, die das da zu benutzen und zu versuchen, die Persönlichkeit wirklich auch im privaten Bereich anzugreifen. Nur man muss nicht alles mitmachen. Das sind aber schon liebe Freunde aus der eigenen Partei, die das dann so ein bisschen zufällig... Auch nicht nur liebe Freunde aus der eigenen Partei, das sind andere schon auch kräftig mit dabei. Jetzt haben Sie gerade so ein bisschen den Duktus Ihres Vaters gehabt. Eine gewisse Emotionalität. So dieser kleine Verzögerer. Haben Sie viele Reden von ihm sich bewusst angeschaut? Ich habe gelesen, Sie wippen auch so, wenn Sie reden. Also Reden von ihm angeschaut habe ich mir noch relativ wenig, allerdings war ich viel mit ihm dabei, nur ob ich wippe oder nicht und was ich da droben mache oder nicht, das Begutachten immer das Publikum unten. Und dann manchmal bemerke ich man, wie sie sich plötzlich amüsieren und auf mich zeigen und irgendwie dann am Tisch mitwippen. Dann merke ich wieder, dass ich wieder irgendwas gemacht habe, was mein Vater früher auch mal gemacht hat. Aber ich selber merke das überhaupt nicht. Also die Leute warten da schon drauf, so eine Parallelität festzustellen, ne? Wahrscheinlich. Eine Parallelität warten sie nicht drauf, aber manche vergnügt es dann recht. Ja, wann waren Sie zum letzten Mal im Urlaub? Im Sommer. Mit den Kindern, mit der Familie? Mit den Kindern, mit der Familie. Auf Mauritius zum ersten Mal. Oh, alles selbst bezahlt. Das ist kein persönlicher Verdacht. Das ist kein persönlicher Verdacht. Nachdem ich mit er Mauritius geflogen bin, sind die Verbindungen relativ gering. Da gibt es keine, ne? Es gibt ja auch Ausländer, die sagen, seid ihr blöd, so jemand wie den Spät wegen 3000 Mark in den Ruhestand zu schicken. Also weil der da, ich habe das nicht genau im Kopf, aber eben so ein bisschen Unterstützung aus der Industrie gehabt hat, wenn er mal im Privatschritt irgendwo hin musste. Wurde das hochgespielt in der Presse, die Amigo-Affäre in Bayern? War es gar nicht so schlimm? Ja, sie wurde sicherlich hochgespielt. Dazu sage ich ja. War große Trauer in der CSU, als Max Streibl dann in den Ruhestand gegangen ist? Oder sagt man, Edmund Stoiber spricht die junge Generation doch ein bisschen mehr an? Also Edmund Stoiber spricht die junge Generation sehr an, er ist sehr aktiv. Das hat man ja auch gemerkt in den letzten Tagen, wenn man den deutschen Blätterwald durchforstet hat. Außenpolitik macht er. Außenpolitik? Ist die Männerfreundschaft... Das war für bayerische Ministerpräsidenten üblich. Immer Tradition. Ja, eine lange, intensive Männerfreundschaft hat darauf beruht, dass der bayerische Ministerpräsident ein bisschen Außenpolitik macht. Sie sind dazu doch auch mit der Nachwuchsstar in der CSU, das heißt, junge Leute sollten CSU wählen. Die SPD... Ich habe nichts dagegen. Ne. Welche Gründe gibt es für junge Leute, die auf Prints abfahren, die in Popkonzerte gehen und so weiter, die sich Jurassic Park angucken, nächstes Mal CSU zu wählen in Bayern? Sie brauchen sich nur Herrn Scharping anschauen. Oh. Das ist aber... Aber die bayerische SPD hat eine Frau, ne, als Gegenkandidatin. Ja, ob die gegenüber Prints so einen Schönheitswettbewerb gewinnt, bin ich mir nicht sicher. Aber das wundert mich jetzt, dass Sie als Frau das sagen, ne? Legen Sie da auch so Wert drauf? Muss eine Politikerin denn gut aussehen? Schauen Sie mal die Politiker an. Oh. Ich habe es ja auch mit Prints verglichen und nicht mit Helmut Kohl. Ja. Das ist hart. Ich habe das jetzt auch mit diesem... Schauen Sie mal die Politiker an. Das war gar nicht meine ehrliche Meinung. Ich habe das nur so gesagt, weil ich dachte, das gibt jetzt wieder Reaktionen vom Publikum. Machen Sie das auch so bewusst, so Provokationen? Im Zelt? Reden Sie lieber über im Zelt oder lieber vor 30 Hausfrauen in irgendeinem Gemeindehaus? Alles gehört dazu. Ja. Aber Zelte machen Spaß. Das glaube ich. Man kriegt ja so einen Kick, ne? Oder? Oh, weniger. Ne? Aber es macht Spaß. Mit Adrenalin und allem? Für den Harald Schmidt vielleicht schon. Ja, der Job ist gar nicht so unterschiedlich, glaube ich. Oder? Zeitweilig nicht. Ne. Ich glaube, es gibt mehr Parallelen, als man glaubt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie müssen heute Nacht noch mit dem Auto wieder zurück nach München, weil Sie morgen eine wichtige... Oh, wir haben einen Kölscher schon abgestanden. Das ist ja schon fast beinig. Wir haben noch ein paar Reste, die haben wir gekriegt, ne? Wie heißt die Bayern? Frisch, nein, nein, Frisch. Xunzhammer, Obi Hamers, so heißt es in Bayern. Ich bin gebürtiger Bayer. Also ich gebe gern bayerischen Nachhilfeunterricht. Nach der Sendung. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Zum Wohl und weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi. Servus. Tschüss, wiedersehen. Tschüss. Servus. Das war sehr abgestanden. Das Bier, das war so abgestanden. Wo hast du das jetzt noch schnell draußen gekriegt irgendwo? Ich habe es gekauft und bin... Ja, es wäre ärgerlich, denn wir haben so wahnsinnig viel zu... Wir müssen unseren Gästen mehr bieten. Ja, natürlich. Vor allem müssen wir Getränke vorrätig haben, die wir auch anbieten. Das habe ich schon oft gesagt. Es sind sehr viel Pannen in letzter Zeit. Eine große Panne gab es beim neuen Video der Pet Shop Boys. Wie heißt das? Go West, glaube ich, nicht? Go West, ja. Da gab es ziemlich durcheinander. Ja, es wäre noch schlimmer gelaufen, Feuerstein und ich konnten das Wesentliche retten. Ja, es wäre noch schlimmer gelaufen. 94 sind die toten Hosen auch wieder auf Tonee, sehe ich gerade. Ja, ich habe festgestellt, wer schuld war, dass kein Bier da war. Ja, und es gibt nur einen. Ja. Was? Ja, Wolpers. Ja, ein Gespräch hilft. Moment, das ist... Wir müssen aufpassen, wenn Sie da klatschen, weil es gibt Beschwerdebriefe, die gehen bis zum Internanten, wo es heißt, das sei Gewalt im Fernsehen. Deswegen, so ist das nicht, meine Damen und Herren, das ist ein Trick. Das ist wirklich mit einer Puppe unterschnitten, damit da nichts passiert. Aber wir haben uns gesagt, dieser eine Zuschauer, es geht uns so sehr um den Einzelnen, der kann zurückgewonnen werden. Kein Formbrief, wir fahren hin, wir reden mit ihm. Und er hat das auch eingesehen. Ja. So, dann klingeln wir doch gleich. Ich habe ihn dann zu. Äh, guten Tag, guten Tag. Haben Sie uns geschrieben, gegen Gewalt im Fernsehen? Das ist er. Ja, das haben wir vorhin. Das ist es. Das hätte... Guck mal. Und... Reich und Sexy heißt die aktuelle CD der Toten Hosen. Reich und Sexy, stell dir vor, die größten aktuellen Erfolge, die größten Erfolge überhaupt, Reich und Sexy. Es ist verboten, Plattencover in die Kamera zu halten. Naja, außer man macht es spontan im Gespräch, dass man irgendwie sagt, singt, aber ansonsten sagen wir nicht. Die Toten Hosen, wünsch dir was! Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend. Trotz heftiger Proteste aus aller Welt gehen die Klon-Experimente mit menschlichen Eizellen an der George Washington Universität weiter. Angeblich wurden bereits die ersten künstlich gewonnenen Embryonen in Versuchspersonen eingesetzt. Dazu ein Kommentar von Harald S. Zwischenzeil, dem Mann, der auch ausspricht, was er denkt. Klonen, Albtraum oder Wissenschaft, wo ist der Unterschied? Da gibt es einen Professor in Amerika, Hilary Billary Land, der sich über alle moralischen Bedenken skrupellos hinwegsetzt. Eine Frage der Kohle. Er nahm eine fremde Eizelle, wahrscheinlich lässt ihn seine Alte nicht mehr ran, und befruchtete sie, demnächst als Vorabendserie mit Jürgen Dreefs. Dann trennte er sie genau im Stadium der Trennung, Achtung, Ossis, und verpflanzte sie in Leihmütter, den Mex bei Schreinemakers. Nicht ein Boris Becker, äh, ich denke nur noch Baby, 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 sondern Tausende, da platzt Monaco, werden demnächst die Welt bevölkern. Wollen wir das wirklich? Nein, wir wollen billigen Sprit. Deshalb Hände weg von unserem Erbgut, blond, blau, blockiert. Es klont sich nicht, diesen Karlauer wollte nicht mal Gaudi Max, guten Abend. Den Kommentar sprach Harald S. Zwischenzeilen, der Mann, der auch ausspricht, was er denkt. Meine Damen und Herren, es folgt unser Weihnachtsmärchen. Die Sternthaler. Es war einmal ein Kind, das war bitter, bitter arm. Es hatte gar nichts mehr als die Kleider am Leib und ein Stück Brot in der Hand. Es war aber gut und fromm. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir was zu essen, ich bin so hungrig. Das Mädchen reichte ihm das Brot und ging weiter. Da kam ein Kind, das fror erbärmlich an seinem Kopf. Da gab ihm das Mädchen seine Mütze. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind, das hatte kein Kleidchen an und fror noch viel erbärmlicher. Da dachte das frumme Mädchen, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, da kannst du wohl auch dein Kleid weggeben. Und so geschah. Und wie er so dastand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und siehe da, es waren lauter, blanke Goldstücke. Da war das frumme Mädchen reich für seinen Lebtag. Und wenn es nicht erschlagen worden wäre, lebte es heute noch. Wenn ich das früher gewusst hätte. So meine Damen und Herren. Wenn du was früher gewusst hättest. Wenn du was früher gewusst hättest. Wie diese Perücke dir steht. Wenn, wir kommen jetzt zu unseren Zuschauern. Das ist einfach eine Ehrlichkeit, da gehört Mut dazu. Das ist ein Bekenntnis. Nein, nicht Mut. Der Mut ist, wenn man ein bisschen nicht so ideal ist vom Ausbild, aber du bist perfekt gebaut. Das ist selbstverständlich. Wirklich. Das ist nicht so mutig. Ganz bestimmt. Es gehört Mut dazu. Das Bekenntnis. Zu Weihnachten. Nikolaus. Sack und Rute. Seid schön lieb. So. Meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zu einer Zuschauerfrage. Und zwar könnt ihr uns heute ja nicht anrufen, weil die Sendung aufgezeichnet ist. Wir rufen sie an. Bringen wir doch mal die Post vom letzten halben Jahr bitte Feuerstein. Ja. Ich habe die gesamte Post. Es war wahnsinnig schwierig. Ja. Habe ich zusammen. Und da wählst du dir einen Brief aus. Ja. Und dort rufst du am besten an. Okay. Nehme ich mal den hier. Ja. Das ist Michael Wesolowski in Remscheid. Ja. Oh fuck. Entschuldige. Ich habe mich verfehlt. Ich habe mich verfehlt. Können wir nicht Musik haben, dass wir diese Worte nicht hören? Ja. Ich dachte ich bin in der Probe, weißt du. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Faktisch ist es ja falsch, wollte ich sagen. Ah, ich höre das Wahrzeigen. Wesolowski. Guten Abend Frau Wesolowski, ist Harald Schmidt. Ja. Hallo. Spreche ich mit der Mutter von Maike? Nein, nein, ich bin Maike. Oh, hallo Maike. Schmidt. Hallo Maike. Huch, da kriege ich mal von Feuerstein einen Brief von jemand, der über 14 ist. Wie alt bist du denn, Maike? 16. 16. 16? Du klingst schon so erwachsen. Ah, dankeschön. Ja, wie groß bist du? 1,70. Gut, dann machen wir das mal schneller. Ähm, Maike, bist du sehr überrascht, dass wir anrufen? Ja, ein wenig. Ja, das war nicht abgesprochen, ne? Nein. So Maike, du kannst jetzt entweder ein Essen beim Chinesen in Remscheid winnen. Äh, habt ihr einen Chinesen in Remscheid? Ja. Auch als Restaurant? Ja. Da kannst du entweder für vier Leute ein tolles Essen winnen, oder du kannst alles, was wir von Schmidt einander an Zubehör haben, T-Shirts, Gläser, Baseballmützen und so weiter, gewinnen, wenn du das Lösungswort richtig sagst, nicht den Buchstaben, ja? Ja. Feuerstein wird dir erst mal optisch ein bisschen helfen. Schau mal, Maike, optisch, das ist mit Gucken. Ich hab's doch gehabt in der Hand gehabt. Schau mal, Maike, hilft dir das was? Nee, nicht viel. Nee. Dann mal akustisch. Wie heißt das Lösungswort? Ah, hm. Hilf dir doch ein bisschen. Es hat so ein Bürzel. Äh, das ist zu viel. Ein Schwein? Wie? Schwein? Ach, ein Schwein. Nein, du hast noch mal ne Chance, Maike. Man wickelt's beim Chinesen in so alte Gästehandtücher. Vielleicht ne Gans? Na, das stimmt schon fast, Maike. So hieß mal ein französisches Auto. Französisch? Ne Ente? Nee. Toll, Maike! Ente! Hey! Toll, Maike! Maike! Ja? Ja. Was möchtest du haben? Das komplette Zubehör oder das Essen? Ja, also da ich Chinesisch nicht so vertrage, dann nehme ich lieber das komplette Zubehör. Toll! Das schicken wir dir zu. Ja? Danke. Ja, die Adresse kann ich ja nicht sagen. Das ist auch präsent privat. Waltersstraße 22 in Remscheid. Wir schicken dir das, Maike. Ja, danke. Ja, danke. Schöne Weihnachten. Nicht vergessen, 15. Januar. Uns anschauen. Ja, sicher. Tschüss, Maike. Tschüss. Puh, das war aber... Das war so... Was sich so schnell herausging, hätte ich nicht gedacht. Ja. So, meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende. Wir kommen jetzt zu unserem großen Finale mit Siegfried und Roy, die wirklich den Tiger aus dem letzten Türchen unseres Adventskalenders zaubern werden. Wir sehen uns wieder am Samstag, 15. Januar 94, ich glaube ca. 22.20 Uhr. Ja. Nach dem Wort zum Sonntag im ersten Programm in der ARD. Bis dahin, schöne Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr und jetzt viel Spaß mit Siegfried und Roy. Moment, und im offiziellen Rollen. Ah, wir brauchen natürlich noch wahnsinnig viel Vorbereitung dafür. Die Tiger müssen noch präpariert werden. So lange noch der offizielle Heurigenwitz. Bis dann. Ja. 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 Number 103, look at the door and Roy is gonna verzauber now the Tiger aus der Dürrhaus. Roy! Are you ready Roy? Are you ready Mr. Tiger? Look at Roy! Yeah! Look at me! Look at Roy! We are gonna sing now the old German Christmas carol, Guantanamera mit den Tottenhosen. See you in January, good night! Look at the Tottenhosen! Look at us! This is Roy! Look at us! Look at us! Look at us! Look at us! Guantanamera! This is Roy! This is Roy! This is Roy! Look at us! Look at us! Look at us! Look at the Roy! Go to the Roy! Look at us! It's Roy! Welcome this morning light! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020